Also die original Version ist folgende. Jetzt hier wird... musst du nicht, ja? Ja, das ist so richtig. Okay, einfach durch meine Hand ganz so richtig festdrücken. So festdrücken wie du kannst. Sei ein Mann. Schließ die Augen. Schacht, los! Hier tiefer du gehst, hier wo du dich fühlst, hier wo du dich fühlst, tiefer gehst du, tiefer, tiefer, tiefer. Immer weiter und tiefer und tiefer, tiefer, tiefer. Alles entspannt sich, all deine Muskeln spannen sich. Alles beruhigt sich immer weiter und weiter und weiter. Tiefer, 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 tiefer. Alles entspannt sich. Ganz tief. Und du musst dir Zeit. Genau. Ich bin dich jetzt wieder zurück und dann machst du wieder. Ganz, ganz. Sehr gut. Sehr gut. Wie war das? Gut. Ist auch wahr geworden. Sehr gut. Ich mache das ein bisschen anders. Ich zeige euch eine Version, die ich woanders gelernt habe, wie von mich ein bisschen effektiver ist. Da sei es Druck auf meine Hand. Da sei es nicht mehr Wortinduktion, weil es viel mehr Wörter sind. Mach die Augen zu. Und konzentriert dich jetzt auf diesen Punkt. Und ganz tief halten. Festdrücken, konzentriert dich auf diesen Druck. Tiefer, 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 tiefer. Schlaff, loslassen. Tiefer, tiefer, tiefer. Hier tiefer du dieses Verbote. Tiefer, tiefer, tiefer. Und dann spannst dich. Tiefer, 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 tiefer. Dein ganzen Körper wird jetzt richtig, richtig warm. Richtig warm. Richtig warm. Wir müssen ein bisschen wieder Eisbaden geben. Okay. Und jetzt machst du die Augen wieder auf. Sehr gut. Der Unterschied ist, dass nicht nur die Hand gedruckt wird, sondern nicht über vorne sie komplett. Augen zu. Konzentriert dich auf diesen Punkt. Tief atmen. Noch mal fester, drücken. Fester, fester, fester. Und nochmal die Augen zu. Und irgendwann sage ich schlafen. Wichtig. Aufpassen. Also nicht hier Schlaf, Bank. Abgebrochen. Also wenn, dann lieber hier. Am besten auf dein eigenes Bein. Ja. Da passiert nichts. Also wenn es auch ohne Clipsen. Dass man im Augenblick das Arm fallen lassen. Schlafsack. Einfach nur schlafen. Also musst du eigentlich gar nicht. Also die Hand muss so sein, dass sie nicht greift. Passiert oft. Leute versuchen sich zu greifen. Dann nehme ich nicht so. Einfach nur die Finger. Und dann ganz fest drucken. Und dann, ich nehme sie einfach nur weg. Also nicht jetzt so. Aber ich nehme sie praktisch so weg. Ich lasse sie einfach wegfließen. Es ist nur in der Schnelligkeit ein bisschen heftiger als es ist. Okay. Gut. Das gleiche kannst du jetzt im Stehen noch. Im Stehen ist aber sehr heftig. Also muss man aufpassen. Ja. Gleich hier. Ja. Äh. Ja. Okay. Wir machen die Sitzung. Okay. Einfach die Hand auf. Ganz fest. Fester, 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 fester. Genau. Mach die Augen zu. Gut zu sich auf diesem Punkt. Tief atmen. Noch fester. Ganz tiefer. Ganz tiefer. Ganz tiefer. Loslassen. Loslassen. Ganz tiefer. Ganz tiefer. Ganz tiefer. Und loslassen. Ganz loslassen. 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 Sehr schön. Also gleiche Geschichte, im Stehen und Sitzen ist das Gleiche. Nur, dass im Stehen wirklich, also wenn jemand sehr empfänglich ist, kann ich fallen. Dann ist es besser, die Leute fallen zurück und man steht hinter ihnen. So, ich zeige es euch nochmal. Also ich zeige es bei jedem, dann macht ihr es alleine. Guck mal da, auf dem Eisenstuhl. Auf dem Eisenstuhl? Auf dem Eisenstuhl, genau. Ja. Hast du schon? Ganz fest. Das ist normalerweise so. Guck auf meine Hand, schließ deine Augen. Tja. Die Fertil, die Fertil. Und entspannte die Fertil. Tief in jedem Moment deine Hand runter, du gehst doppelsortiert. 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 Die Fertil. Alle wirklich. 2.000, 3.000, sehr gut. Und nochmal die Augen auf, ich weiß es jetzt gar aus, aber jetzt, jetzt die andere Version, ganz fest drücken, Augen zu, konzentriert sich an diesem Punkt, ganz tief halten, ganz tief halten, ganz fest, noch fester, 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 ganz tief halten. Und schlafen los, tiefer, 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 fühlst du wohl, immer, 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 immer. Du ziehst jetzt in deinen Kopf, von 5 bis 1, bei 1 machst du dich auch genau, dann wirst du dich frisch errollen. Ja? Gut. Kannst du noch was sehen? Ja, ich kann mal erzählen. Achso, warte mal, ich wollte mal stehen machen. Okay, geht's dir gut? Ja, ganz heiß. Echt? Ja. Ein bisschen fester. Genau, aber wie war das, also, wie war denn nun, dass ich mir beide sah? Das eine war noch schneller, also noch schneller. Das dann? Das dann ist das zweite. Also, und die sind, du, mach mal nochmal so, die da richtig schmacken. Oh, so, jetzt. Ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Okay. Du ziehst in deinen Kopf, von 5 bis 1, und dann machst du die Augen auf. Wow, sind wir aber schnell. Ich hab die 4 ausgelassen. Okay, jetzt noch. Haha, ich hab die 4 ausgelassen. So, jetzt war ich auch fest. Ich hab die 4 ausgelassen. Aber lieber noch. Festrücken. Haha, aber schlagfertig ist er ja. Ganz tiefer. Festrücken. 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 Also wenn man so einen Spaß hat, dann kann man das benutzen. Einfach schneller wieder rauszukommen und reinzugehen. Geht's gut? Nein. 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 Nein.